Hallo und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Ratgeber. Heute geht es um den WISJSKSDHU4 Luftentfeuchter. Wenn du noch nicht genau weißt, ob dieser Luftentfeuchter für dich die richtige Wahl ist oder nicht, dann möchte ich dir mit diesem Ratgeber sehr gerne noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben, um dir deine Kaufentscheidung bestenfalls noch zu vereinfachen. Außerdem werde ich hier auch das Amazon-Angebot zum Luftentfeuchter unten in der Videobeschreibung verlinken, damit du überhaupt weißt, wovon ich hier spreche. Wofür lohnt sich die Anschaffung von einem Luftentfeuchter überhaupt? Nun ja, feuchte Luft im Zimmer ist in der Tat nicht gerade sehr angenehm. Warum? Naja, da kann Schimmel entstehen und wer Schimmel zu Hause hat, der hat wirklich, wirklich große Probleme. Denn diesen zu beseitigen ist echt nicht einfach, ja. Und da mit einem Luftentfeuchter präventiv gegen vorzugehen, das halte ich für eine sehr gute Idee. Was diesen Luftentfeuchter anbetrifft, so gefällt mir das Preis-Leistungs-Verhältnis in der Tat gut. Ich bin der Ansicht, dass du hier ein nützliches Produkt für die Wohnung zu einem fairen Preis erwerben kannst. Die Funktionalität gefällt mir, das Preis-Leistungs-Verhältnis wirkt auf mich fair. Deswegen sieht mir das nach einem guten Luftentfeuchter aus. Ich will dir das Gerät aber natürlich auch nicht aufquatschen. Also überleg dir selbst, was für einen Luftentfeuchter du brauchst. Es gibt da ganz viele verschiedene, kleinere, günstigere für etwas kleinere Räume meistens. Größere, teurere für größere Flächen. Also da musst du so ein bisschen schauen, wo du ihn einsetzen möchtest. Ich kann hier in erster Linie das Preis-Leistungs-Verhältnis dieses Luftentfeuchters bewerten. Und das macht auf mich in der Tat einen positiven Eindruck. Ich bin der Ansicht, dass du hier einiges an Funktionalität für dein Geld bekommst. Und wie bereits gesagt, eine Investition gegen Schimmel ist, wie ich finde, stets eine gute Wahl. Denn Schimmel zu Hause zu haben, ist aus vielerlei Hinsichten total unangenehm. Ja, du hast Besuch, man sieht den Schimmel vielleicht an den Ecken. Das ist ja ganz, ganz unangenehm. Außerdem fühlt man sich zu Hause auch nicht wohl, wenn es anfängt zu schimmeln. Ich denke, das dürfte außer Frage stehen. Ja, da ist das schöne Wohngefühl leider sehr schnell hinüber. Deswegen kann es definitiv Sinn machen, auch mal ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen, um ganz klar zu sagen, hey, ich tue etwas gegen den Schimmel. Ja, ich lasse mich davon nicht aus der Bahn bringen, sondern nehme ein bisschen Geld in die Hand und ja, versuche mich um das Problem zu kümmern. Denn Schimmel zu Hause ist, wie bereits gesagt, wirklich nicht wünschenswert. Das Preis-Leistungs-Verhältnis von diesem Luftentfeuchter macht auf mich in der Tat einen guten Eindruck. Ich bin der Ansicht, dass du ein nützliches Produkt für die Wohnung zu einem fairen Preis erwerben kannst. Auch das Design kann sich definitiv sehen lassen, wobei die praktischen Aspekte hier in der Tat im Vordergrund stehen. Also, das Amazon-Angebot zu diesem Luftentfeuchter werde ich dir unten in der Videobeschreibung verlinken. Auf der Angebotsseite von Amazon kannst du dir sämtliche Produkteigenschaften noch einmal in Ruhe und Frieden anschauen. Außerdem wartet dort auch schon die eine oder andere Kundenrezension auf dich. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit. Ich hoffe sehr, dass ich dir weiterhelfen kann. Der Kampf gegen Schimmel in der Wohnung ist definitiv sehr wichtig. Denn so lässt sich die Wohnqualität in der Tat bestenfalls steigern. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Alles Gute. Ciao.